Todesangst! Nein! Nein! Die Igel! Nein! Nein! Oh nein! Fast! Beinahe hätte es geschafft! Nein! Ja, Leute! Herzlich Willkommen zu neuen Folge Vorn! Let's Play! Super Mario Bros. X! Äh, ja! Tun wir das leichter drehen, gut! Wupp! So! Und ja, heute habe ich mal kurz nachgeschaut, wo jetzt der Secret Exit ist bei diesem Level. Weil dieses Level hat auch so einen roten Punkt. Und... Ich glaube es ist hier unten. Das ist glaube ich schon, weil ich habe das gerade so entdeckt. Aber gucken wir mal nach. Äh, das ist so ein Block. Oha! Okay, da ist die Röhre. Hier geht's jetzt weiter zum Secret Exit. Okay. Okay. Ähm. Dann machen wir das nochmal. Wupp! Alter! So, das nehme ich noch mit. Gibt's auch über die Röhre noch was? Bin halt nur so neugierig. Äh, mal gucken. Aber ich glaube halt nicht, oder? Aber wir drücken trotzdem noch, weil ich bin einfach so neugierig. Äh, ja. Und da ist nichts. Gut, dann gehen wir zurück. Ach, das dauert noch. So. Oh. Ah. Ah. Jetzt verstehe ich's. Okay. Gut. Einfach reingehen und nochmal reingehen. Joach, geil. Ähm. Ich guck mal kurz bei Desktop Audio, ob das eh nicht zu laut ist. Äh. Noch kurz das hier ist. Doch, pass. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Warte mal. War da auch ein kurzer Punkt? Wenn ja, dann könnte hier auch ein Secret Exit sein. Äh. Wie geht's das? Äh. Okay Ah Oh Lol Das ging schnell Okay Ja richtig schnell Nur kurz Musik dann Bam Ja Ich muss noch reinrichten damit ich auch Zeit sehe Ja Soll ich das immer halt so mache beim Aufnahmeprogramm aber mir ist halt so wichtig dass ich die Zeit übersehe oder Ist irgendwas nicht stimmt Das ist mir wirklich sehr wichtig Okay aber ich bleibe jetzt einfach so Nein Okay ich nehme es Ich nehme es Ach Ich habe ja auch das hier ja Aber wir nehmen jetzt einfach auch das Gut Weil das hier oben ja Dieses Item da Mit dem Hammer ne der Das ist echt wertvoll Und ich würde schon noch gerne aufheben Ja Ja Außerdem habe ich echt lange Keine Ja Feuerblume genommen Oder habe ich das schon Ach egal Äh Oh Dude Jump Oh Oh Jump Was Oh Achso So ein Bosskampf Ja Ja Ich baue jetzt etwas Größeres Ja Hab jetzt Das nicht Bekommen Oh 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 Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Okay Sshh Okay Pfff Okay Oh 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 Okay 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 Oh 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 Okay Ich hab nur die... Oh! 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 Okay! 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 Ich hab's geschafft! Oh! 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 Yes! Was? Warum? Oh! Zum Glück war da ein Checkpoint! Zum Glück! Okay! Ich mach das mal nochmal! Oh! 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 Okay, ich nehm jetzt aber bei dieser Stelle mal die Feuerblume. Oh! Yes! Yes! Oh! Jump! And if you jump, then you can! Oh! Ernst auf, man! Digga, das kam unerwartet! Gib mir die! Oh! Nein! Digga! Nicht ein! So Leute, ich bin wieder da! Und... Mach jetzt mal weiter! Oh! Oh! Ja! Boah! Oh! 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 Did! Das ist so wackelig! Alter! warum alter ich hab keinen Traum ich hab keinen Traum ich hab keinen Traum ich hab keinen Traum okay okay Ok, na Leute, also ich bin, ich raste einfach aus, das ist so. Jetzt gerade habe ich mal nach einem Tag wieder mit den Spielen angefangen. Oh, ne. Oh, ok, ich kann den nie wegmachen. Alter, nicht, dass wieder das passiert. Ey, jetzt das Spiel wird noch schlimmer. Ich hoffe, dass wir es bald durchspielen. Oh, what? Verdammt. Oh, Lucky, du. Oh, mein Stück. Ok, wir müssen ausweichen und das lang machen, bis es da nach oben geht. Und ich jetzt Lucky, du angreifen kann. Nein, oh nein, nicht euer Ernst. Ich kann den einfach nicht besiegen. Dicker, das ist einfach so eine harte Nuss. Es ist einfach, ey, also, vor war einfach, aber jetzt nicht mehr. Nein, oh, ich hasse das, ich hasse das. Ich hasse es einfach. Also, es ist einfach, ich weiß, dass ich das gar nicht geschehen will. Oh, mein Stück ist alles hoch. Ganze kann das... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab's geschafft! Oh nein, es geht weiter! You better move quick! Those blood pumps don't look! Nein! Noch so ein Bosskampf! Mensch... Ich hasse das! Ich hasse das! Ich hasse das! Nein! Willst du was? Ich hab keinen Bock mehr! Aber ich muss! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr! Aber ich muss! Ich hab keinen Bock mehr! 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 Oh nein! Fast! Beinahe hätte ich's geschafft! Nein! So Leute! Ich bin wieder da! Ja! Und ich hab auch alles gefunden, dass... ...dies Ding nicht zum Schießen gedacht wurde! Oh! Das wurde dazu gedacht! Oh! Ja! Ist das so Audio? Okay! Passt eh! Okay! Es wurde halt einfach nur dazu gedacht, um die Gegner einfach zu angreifen! Ist jetzt gut für diesen Bosskampf! Oh! Yes! Oh! Danke! Oh! Zum Glück hab ich das genommen! Oh! Danke! Komm! Das machen wir noch! Schallhiefen! Ah! Hier müssen wir diesmal umgekehrt laufen! Oh! Oh! Lang nicht gesehen, Kumpel! Mua! Mua! Lang nicht gesehen! Okay! Jetzt... Jetzt aber wieder mal richtig reden! Und... Oh! Nein! Okay! Ich muss nicht konzentrieren, ja? Als ich nicht konzentrierte, kann man leicht sterben, ja? Konzentration! Geil! Wo? ein Da ist noch eine Eisblume, weil ich bleibe einfach bei der Feuerblume. Und beim Tanuki-Anzug. okay sprung okay ich glaube dieses level gefällt mir schon mal gut geil einfach kostenlose tanuki anzugehör ein gelber joshii den nehme ich es gibt es einfach jederzeit so was hey da gibt es auch noch runden okay ja und da brauchst du einen gelben punkt ja also die anderen runden so ist hier level wo jetzt in der karte er ist so rote punkte stehen das haben wir nächstes mal kurz mal nachschauen vielleicht gibt es auch im internet zur information über secret exit ich hoffe schon weil dann können wir das spiel wirklich komplett durchspielen aber gut einen roten eigentlich gefällt mir der rote lieber weil der gelbe der kann halt nur so und der rote kann gleich feuer schweim finde ich besser hohohohoho netter versuch ha ich kann mir faked das spiel einfach jetzt ich kann fliegen ich kann fliegen ich kann fliegen ok war gute idee halt das einfach nochmal versuchen das macht jetzt wieder spaß wieder spaß oh ja das das hat mich bei dem vorherigen leveln gefehlt ja ja bosskampf gut kann joshi das auch schocken ja geil er kann zwar nicht feuer spei aber es kann zu werfen ja kraft huhu geschafft oh nein nicht dann oh nein da ist wieder im version level naja ich würde halt nächstes folge hat zuerst dort noch secret access suchen dann auch hier auf do not enter gehen und dann erst das machen weil ich das die anderen zu einfach hart und du weißt was ich da so sehen wir das hier und auf jeden Fall hoffe ich euch hat dieses Video gefallen wenn ihr nur lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal wieder ciao und bevor das Video wirklich zu Ende ist und jetzt ist Auto hier seht möchte ich noch sagen dass ich jetzt einen Twitter Account habe ja also also früher war mein alter Account gesperrt ja aber jetzt habe ich eine neue E-Mail erstellt neuen Account erstellt ja aber Twitter ist jetzt wirklich die letzte Social Media Seite mit der ich dabei sein möchte weil ich habe bisher eins zwei drei vier fünf sechs soziale Netzwerke also ich glaube das reicht schon mal weil das ist schon viel und wird mal Zeit eine Pause zu machen ja gut los geht's mit dem Outro Jun mal die noch mal nicht weddings j owner hier ihr Bis zum nächsten Mal.